Vielen Dank, Kollege Dr. von Notz. Nächster Redner in unserer Aktuellen Stunde ist für die Fraktion der CDU und CSU unser Kollege Dr. Hans-Peter Uhl. Bitte schön, Kollege Hans-Peter Uhl. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, seit einer guten Woche wird an einem Zerrbild gearbeitet. An dem Zerrbild, als würde der Staat sich allen Ernstes in die Computer seiner 80 Millionen Bürger einhecken. An diesem Zerrbild wird von interessierter Seite gearbeitet. Natürlich hat am besten und am glaubwürdigsten dieses Zerrbild darstellen können, der Vertreter der Linkspartei. Denn niemand kann besser über einen Überwachungsstaat reden wie ein Angehöriger der Linkspartei. Sie wissen, wovon Sie reden. Der Kollege Korte ist auch ein bisschen jung dazu, aber er hat gelernt von den Alten. Meine Damen und Herren, in Wahrheit geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass Sicherheit auch im Internet gilt. Wir müssen Sicherheit auch im Internet herstellen. Denn wir wissen, und das wird sich noch dramatisch weiterentwickeln, so wie das Internet sich überhaupt dramatisch weiterentwickelt, dass immer mehr Kriminalität im Netz stattfindet. Tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach. Die Computer der Kriminellen werden immer ausgetüftelter, sie werden immer raffinierter. Der Staat muss schauen, wie er diesen Verbrechen im Netz Herr wird. Wir haben einen Fall in Bayern, da hat eine kriminelle Bande aus dem Ausland den Eindruck erweckt, als könnte man übers Internet Elektrogeräte, Juwelen, Kleidungsstücke, alles Mögliche für einen Schnäppchenpreis bekommen. Man hat die Menschen, über 20.000 Menschen dazu gebracht, dass sie ihr Geld überweisen, auf ein Konto dieser Kriminellen. Die haben auf diese Weise bereits 40 Millionen Euro verdient. Soll der Staat sagen, das ist eben Pech, wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das ist euer Problem. Ist das die Rolle des Staates? Wenn das die Rolle des Staates nicht ist, dann muss er natürlich dafür sorgen, dass er im Internet auf die Spur dieser Täter kommt. Und dazu gibt es die Quellen-DKÜ, die werden wir auch in Zukunft anwenden. Und jeder vernünftige Innenminister in Deutschland tut das, ob das der Innenminister Gall der SPD in Baden-Württemberg ist, ob das der Innenminister Woidke der SPD in Brandenburg ist, ob das der Innenminister Jäger der SPD in Nordrhein-Westfalen ist. Sie alle bekennen sich zur Quellen-DKÜ. Und das ist gut so. Und es ist bedauerlich, dass aus der SPD bisher niemand geredet hat, aus dem Innenausschuss, der heute Morgen den Präsidenten des Bundeskriminalamts, Herrn Zierke, gehört hat, in einer eindrucksvollen Rede. Ich werde diese Rede in meiner Fraktion jedem zukommen lassen. Er hat auf eindrucksvolle Weise gesagt, was Sie bei der Quellen-DKÜ, in welcher stufenweise Abfolge der Dinge machen. Nichts geschieht ohne die Führung des Hauses. SPD-Mitglied Zierke. BKA läuft gut mit Quellen-DKÜ, Herr Oppermann. Und Sie haben auch gesagt, dass das Zerrbild, das vom Chaos Computer Club entfacht wurde, zutiefst unweis, zutiefst unredlich ist und voller Unterstellungen gegenüber den Polizisten, auch des Bundeskriminalamts ist. Und er hat sich gewehrt dagegen und war sehr verbittert. Das hat jeder mitbekommen. Nein, ich habe, in aller Ruhe kann man abwarten, was in Bayern aufgeklärt werden wird, durch den dortigen Datenschutzbeauftragten. Ich habe heute den Antrag gestellt, dass unser Datenschutzbeauftragter des Bundes, Peter Schaar, auch bei uns alles aufklärt. Und dass wir einen Bericht bekommen in den Innenausschuss. Und so wird es in Bayern auch sein. In Bayern wurde das Thema, um das es hier geht, übrigens im April dieses Jahres umfangreich im Landtag behandelt. Ich habe die Dokumente hier liegen. Der Computer Club hat überhaupt nichts aufgedeckt. Das ist alles nachlesbar in den amtlichen Protokollen des Bayerischen Landtags. Und jetzt warten wir ab, was rauskommt. Und ich habe den Verdacht, dass herauskommen wird, dass kein Beamter sich rechtswidrig verhalten hat. Das ist meine Vermutung. Ich kann es noch nicht beweisen. Dass alles zusammenbrechen wird wie ein Kartenhaus. Nämlich alles wird dabei bleiben, dass man sagt, die Software dieser Quellentheorie kann sehr viel mehr, als sie darf. Aber sie wurde nicht so angewandt, rechtswidrig. Sondern sie wurde rechtmäßig reduziert angewandt. Sie hat überall nur das getan, was sie darf. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit aus den verschiedenen Untersuchungen herauskommen. Deswegen sage ich, das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle. Sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet, die sehr kontrolliert, sehr sorgfältig, sehr behutsam mit dem sensiblen Instrument der Quellentheorie umgehen. Und so soll es auch sein. Das heißt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind. Wenn Sie von den Grünen und Teile der Linken und der SPD auf Schmusekurs gehen zu den Piraten, ist das Ihr Problem. Darin werden Sie kein Glück haben. Vielen Dank, Kollege Dr.